Hallöchen und herzlich willkommen zurück will ich doch hoffen, denn das würde bedeuten, ihr habt letztes Mal zugesehen und ich habe Angst vor Wolfram, der will mich bestimmt hauen. Du hast heute alles richtig gemacht in der Folge. Die ist ja aber erst drei Sekunden lang. Was hast du hier gemacht? Du hast das Feld kaputt gemacht. Jetzt musst du eine Hole holen. Ja genau, wir haben gar keine mehr. Ja dann mach eine. So Spawning, 26 Prozent. Was ist mit den anderen Hives? Müssen wir die auch erst noch senden? Nein, erst mal warten bis es los geht. Ich guck ins Questbook. Genau. Das was ich dir schon von Anfang an predige, macht ihr jetzt endlich mal. Bees and Trees. One Quest with unclaimed reward. We the bee. We the bee. Wo denn? We the bee. Beekeeping habe ich noch gar nicht den... Oh ja, stimmt. Du hast den schon eingesammelt, ich aber nicht. Hm? Claimed reward. Was habe ich eingesammelt? Davon wüsste ich aber was. Wir kriegen auch eine Princess, wenn wir einen Scoop bauen. Ah ja, das ist ja lockerer easy. Dann mach mal einen Scoop. Das ist nämlich echt, äh, quasi dao easy. Locker, locker frockig. Scoop. Scooby Doo. Es gibt mehrere Scoops. Ja, einfach nur das, was... Dammit. Das müssten dann aber Tinker Scoops sein, oder? Ich hab jetzt, äh, ja, ja, ne, Gen-Dust. Was? Gen-Dust? Sind die verschieden? Ei, ei, ei. Mach doch einfach das, was einfach nur Scoop heißt. Ja, ich weiß. Hm? Ich such grad das beste Rezept. Wie wär's? Wir brauchen Wolle. Wie wär's? Kenzie. Wolle, 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 Wolle. Wolle, Wolle. Ja, dann ab zu den Schafen. Naja, ich guck mal, ob ich hier noch ne... ne Schere dabei, ja? Ja, ich hab sogar ne Schere dabei. In meiner... Form-Nether-Kiste. Ich hab Form-Nether die Kiste übrigens belegt. Wenn du gleich, äh, Sachen... Hallo, Zombie! Wenn du gleich Sachen loswerden willst, bevor du in den Netter gehst, nimm dir am besten noch zwei Kisten mit. Wolltest du so mir Kisten mitholen? Warum das denn? Weil ich die schon besetzt habe. Achso. Weil die so praktisch neben dem... äh... Ah, die ist für, für Bienen? Okay, verstehe. Ja. Ne, die ist für mein Stuff, weil ich da, äh, rumgebaut habe. Ah, okay. Und ich genieße gerade die Freiheit im Inventar. Einen Moment, ganz kurz mal eben. Ich geh, ich geh mal schnell schlafen. Hier spawnt mich schon wieder viel zu viel. Das Lied geht mir da auf den Sack. Höchig! Shiny! Scishiiin! 導 Effect brennt ihr räudigen hunde ich hab was für dich komm her ich muss erst was essen nein komm hierhin was ist das denn? brauchst du? komplette eisenrüstung für den fall aller fälle wenn manche leute hier demnächst lust bekommen uns zu attackieren will ja nicht komplett ohne chance da stehen also nicht komplett nur so fast komplett was ist denn jetzt los? da klopft einer beim kinzi das ist der nachbar was macht er da? keine ahnung es wird mir tierisch auf die eier gehen tut's auch gerade so da noch eine kiste hin die ist jetzt für die bienen aber da kann das weißen trees da kann auch noch ein bisschen ach kann ich nicht mehr befüllen von hier was das denn? geh mal ins quest gucken die kinzi hat nämlich bestimmt wieder was gemacht so und da ist noch was drin so und so 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 und das war dann so so das wieder raus kubidibibab und dann wolle richtig ja scoob willst du auch einen scoob? nö einer langtuch eigentlich ich mach noch einen für die kiste ok dann kann ich ja abgeben das quetzt ja moment pick one reward pack ich nehm den linken warte ich sag dir auch direkt was es für einer ist der linke ist ein creator also den würd ich dir auch empfehlen ok ich nehm auch den linken machen wir direkt mal auf zack oh ein copper beach sapling unknown genom also ja bäume züchten bäume züchten ist hier auf jeden fall möglich ok ah ich hab ein full heart bekommen not so gold reward steht da aber das ist ein bestimmt ein rotten heart ja ist ein rotten heart wollen wir das in die handelskiste machen ja die handelskiste die handelskiste warum nicht hast du echt ne rotten heart bekommen? ja das ist ja scheiße so wie findest du denn das hier jetzt? hm ich pack's in die handelskiste mal gucken vielleicht sehen die es ja nicht hm 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 und ein haufe heart ein haufe heart ich find ich aber ganz schön hart vom deal was ist jetzt mit den bienen? kann ich die da direkt rein packen? ja das bin ich gerade mal gucken ich weiß nicht mehr genau wie das geht weil irgendwie kann ich kann ich die nicht ähm das war meine Bienen, entschuldigung anklicken aber das ist auch schon wieder ein artificial hive hä? ja das steht auch im questbuch wenn es zu lange dauert dann äh musst du das nochmal in äh die in die diesen Samen äh Samenöl rein dippen äh wenn es zu lange dauert für die Böse in die Hive äh äh dann wird es wieder in die Siedöl geöffnet werden das ist glaube ich auch das Problem was du gerade hast hier du ich ich pack ne Königin rein, ne? hä? ne geht gar nicht vielleicht mit Stift rechtsklick? nein sag mal boah ey jetzt kriegst du wieder eine was? warum? jetzt kriegst du wieder eine hey 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 ich kann ja jetzt auch mit der Axt zuhauen wo du meine Rüstung an hast was hab ich dir gerade also es ist ja jetzt wieder scented sag das doch hab ich doch gemacht ja du musst warten bis Spawning voll ist ach ich muss warten bis Spawning voll ist und dann kann ich ne Biene dazu packen oder was? ja ich glaub schon weil jetzt müssen erstmal ach da steht aber auch pristine stock bei also die brauchen ein pristine stock oder nicht wir haben forest hive, forest hive und meadow das kann das kann sein dass die Dinger hier zu wenig Blumen außen rum haben das deswegen so lange also nicht funktioniert eventuell so wo war ich? was wollte ich tun? ich weiß schon wieder nicht was ich machen wollte oh ich lauf einfach ein bisschen unkontrollierend in der Gegend rum müssen wir bald schon Blumen züchten wir haben da noch welche ich weiß nicht ich hab keine gesehen oh ne naja läuft ja hab ich meinen Flugtrank noch? jawoll geh mal grad ins nether ne es dauern wir werden nicht funktionieren kann ich nicht auch direkt das seed oil drauf machen dann kann ich nicht na gut dragonfrog alter hier ist ein donkey in unserem nether portal warum? wo kommt eigentlich der creeper hier her? ach auf dem baum der ist wahrscheinlich wieder auf dem baum da ist ein donkey im nether portal? ja du bist grad im nether ich hab mich grad übelst erschrocken ich mach mir ne waffe alter ich mach mir ne waffe ich komm mal da wofür geh ich denn gerade mit in julium farm für uns gescheite waffen zu machen und jetzt macht er sich ne waffe ich bin mit nimm mit ich muss jetzt hier erstmal gucken was es gibt haben wir nicht noch irgendwo hab ich nicht noch irgendwie ne splintered waffe irgendwas halt die klappe esel tausend haben wir da tausend haben wir da silberwood wand habe ich aber ich hab nur one fokus equal trade ah nether quarks haben wir hier ich guck mal den winen haben oder so sulfur ore soll ich das vielleicht mal mit holen? ich finde das ganze ja na klar ich hab meine 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 super eggs hier obwohl kömmt ihr harvest ah ne harvest level min julium ok ok äh copper ore alter hier sind ganz komische wäsche die machen mir irgendwie ein bisschen angst sind wir hier amber ore kann ich auch noch nicht aufbauen ich hab eben alles schon durchgekippt hier ist nichts 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 gar nichts gar nichts flieg mal ein bisschen rum netherrack was haben wir da? oh nether die oh ho ho nether diamond ore das nehme ich auch mal definitiv mit ooooh schön da müssten dann irgendwie zwölf diamanten oder so rauskommen sehr schön ich wurde vergiftet ich bin blind wie blind? mich hat irgendwas angegriffen oh ich hab's noch nicht mal mehr gesehen ah da ist es jetzt jetzt seh ich's was ist es? ein kleiner verhulter pigman pfff Ardite yes direkt über unserem portal ist Ardite sehr gut keine blumen hab ich in der direktesten nachgesehen? ja keinerlei blumen wie lange kann ich noch fliegen? zehn sekunden? das ist nicht lang ja dann muss ich blumen züchten wir haben doch bestimmt irgendwo noch knochenmehl drei bohnenmehl wow gold kohle das brauchen wir alles nicht hier noch mehr Ardite yes oh ein wood golem wood golem aus nem good reward pack das ist schon mal entspannt und das ist locker ja es ist nicht ganz so wertvoll aber es erspart ein kleines bisschen Arbeit ah jetzt habe ich zwei blöcke Ardite aber noch kein Kobold das ist ärgerlich willst du jetzt wirklich schon die besten Waffen im Spiel machen oder was? ich versuche mal mein Glück oh nicht schlecht hier blumensamen gibt es auch nicht hier ne? ne ne sugarcane ja aber kein blumen blumen wir wollen blumen sehen oh mein äh flugtrank ist leer dann sollte ich mir vielleicht vorher noch einen neuen machen bevor ich hier drauf geh wär ganz cool oh das gibts doch gar nicht also den Artificial Hive doch gibts kannst du anscheinend vergessen menno warum? weil das schon wieder kaputt ist ja aber das muss ja irgendeinen bestimmten Grund haben würde ich mal sagen ich pack jetzt die restlichen Blumen um mir fällt immer eine Last von mir ab wenn ich wieder auf den Lesser zurückkomme wir sind immer ein bisschen angespannt ich glaube ich wurde gerade im TS angeschrieben kann aber gerade nicht gucken was ist wir vielleicht nach der Aufnahme mal kurz einen Break machen joa machen wir Pulverizer Pulverizer kann ich die noch anders irgendwie anlocken? und wieviel Diamanten kommen da raus? wieviel? verdammt ich habe es gar nicht gesehen so mal gucken was das Quest Box sagt Vier Diamanten nicht schlecht ich mach es gut ich mach es nicht ich mach es ich mach es nicht Mö hier ich mache es nicht Mö das ist die 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 das vier stück was ist das überhaupt von bio keine ahnung muss schauen wo sehe ich das nochmal f3 ja nicht oder doch ich glaube schon chank minecraft ford ab die feinen 111 mords dort west planes 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 müsste aber eigentlich gehen für uns anzubauen ja müsste gehen planes mit blumen stand da auch gerade scheiß ausmachen sie wirklich alles beleuchtet da wird es schon wieder gerade nacht was soll denn das ich gehe mal um heier buch bies will come if there are flowers in a planes biome haben wir hier doch forest bies like forest biomes and lots of leaves dann musst du erstmal kommen the hive bees have special things they und textu von bies to move in the hive one need to be dipped in seed oil genau man tippt 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 vielleicht ich stelle mich mal hier hinten hin hier sieht das gras anders aus und ich drücke noch mal f3 hier ist ein jungle biome vielleicht ist zu nah dran im dschungel biome ich weiß nicht kannst du nicht aus dem stehkreis sagen das ist bei mir schon ein bisschen her wo ich das letzte mal gemacht habe ich bleibe jetzt hier stehen und gucke dabei zu trinken kaffee genieße das leben ach quatsch ich kann ja blumen bauen ich weiß auch jetzt wieder wo das bonemail ist acht tchaikovsky läuft jetzt man bin aber heute klassisch eingestellt der klassiker rechter classic also hier ist alles planes dann brauchen wir überall blumen damit das funktioniert ja du hast schon genug blumen da und den satan kann es eigentlich nicht liegen dann brauchen wir auch den video und den forest hive nicht dann brauchen wir eigentlich nur den artificial hive naja das muss er erstmal zu einem oder läuft auch jetzt schon auf 70 mhm sieht doch eigentlich gut aus was ist das vielleicht müssen wir auch fehlende animation vielleicht müssen wir auch nicht gehen damit die bienen ihre ruhe haben wer weiß ich habe das gefühl das funktioniert besser wenn ich dabei bin die damen spawn keine seine herren nur sonnenblumen und apfelbäume und was hier an bäumen spawnt peppercorn sapling star fruit olive olive jamie olive jamie olive ja was ist das lemon lemon tree nicht da wieder jetzt muss ich den ganzen scheiß hier weg machen damit ich kann mal schauen was ich für casts hab neue sparen kann hier mit die die ganzen anderen kram hier haben die blumen nur noch eine niedriges spawn rate hier strawberry nochmal strawberry die wachsen wohl in der nähe vom dschungel besser was ist das cinnamon sapling ey wir haben zimt hatten wir vorher schon achso ich glaube setzlinge haben wir echt schon alles alles ah sentent archival hive spawning 100 was und jetzt jetzt 100% und es ist nichts passiert ist immer noch ein artificial hive ja kann man jetzt vielleicht biegen reinsetzen kannst du das ding mit rechts anklicken oh was du keine schöne blumenwiese hier gemacht hast alter ich bin voll weit geflogen aber es ist jetzt im es ist doch wieder ein artificial hive ja ich weiß oder während das im spawning ist muss man bienen in der nähe aussetzen kann man sie aussetzen keine ahnung die pieksen nicht bestimmt das ist gut möglich aber das ist ja nicht schlimm ich brauch gleich neues seed oil wenn das so weiter geht und die cans verschwinden auch muss ich auch wieder neu machen take it to the candy shop like to lick the lollipop also ich muss den jetzt weiter hier rüber aber erst mache ich erst brauche ich die blumen wieder ab like to lick the lollipop du und deine lutscher okay gold 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 das ist so einfach bei dir nicht anzustimmen das hatten wir vor allem nicht nur einmal ja kann sein ähm zack 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 jetzt habe ich ja wohl 16 wieder ja sehr gut was seaweed ja ich sehe hier kein wasser ja das wächst ja auch auf land was ja die äh diese ähm diskussion hatten wir auch schon mehrmals mehrmals doch noch nicht nein also mindestens mal schon zweimal ach keine ahnung auf jeden alter auf jeden auf jeden ich bin grad gras am abbauen ok oh die klassik muss weg ne das geht gar nicht oh man oh ja rock ha 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 ich habe ihn infiziert als ob ich vorher noch keinen rock gehört habe nicht während minecraft spielen ne das stimmt ja weißt du also infiziert bäm hm 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 was nehmen wir was nehmen wir was nehmen wir was nehmen wir oh klingt doch nach einer ausgezeichneten Idee nach einer ausgewogenen mahlzeit geht nicht schade jetzt alles klar gut jetzt noch mehr platz dahin ist hier auch noch planes hier ist ja wohl noch planes ne Plains, Plains, Plains? Wo steht das denn nochmal? Plains! F3 Sentent Hive Ne, warte Wenn ich den jetzt abbaue, ist der bestimmt nicht mehr Sentent Aber ich versuch's trotzdem mal Sehr gut Ist er doch noch Warte, aber ich wein' gehabt Sehr gut Tja, so soll's sein Jo? Ja! Oh, nice Nice Zack ich hab wieder ein geschenk für dich ja und du musst die abwand machen wir haben 22 minuten ach du scheiße ja dann seht ihr vielleicht komm dir das hier mal holen lasers schwert aber pass auf wenn du rechtsklick drückst damit ach quatsch wie geil ist das denn kann man den auch aufladen hau mich damit bitte nicht komm nicht in meine gegenwart damit was macht denn das mach die abmord achso ja attack 2,5 hearts was ist das denn ja wie dem auch sei vielen dank fürs zuschauen und dann bis zum nächsten mal ciao ciao so oh 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 oh